Hi Leute, heute geht es um ein paar wichtige Tipps, die es bei der Umstellung auf Rohkost zu beachten gibt, was man essen sollte. Und ja, und zwar als ersten Tipp, denke ich, ist ganz wichtig, immer was im Haus haben, immer was im Haus haben, wenn man Heißhungertagen hat oder wenn man, wenn man eben einfach irgendwelche Gelüste hat, dass man immer irgendwas Gesundes im Haus hat, und zwar ausreichend. Und zwar ein paar Sachen, die ich immer im Haus haben würde, die ich empfehlen würde am Anfang, sind einfach Nüsse, reichlich Nüsse immer da haben, die halten sich ewig. Dann Trockenfrüchte halten sich auch ewig, Datteln, ich finde getrocknete Mangos total lecker und sowas. Ja, und dann zum Beispiel Chiasamen kann man noch daheim haben oder Flohsamenschalen halten sich auch ewig. Dann Bananen oder irgendwelche Früchte wegfrieren. Und dann kann man sich eben, was weiß ich, nimmst dir ein paar Bananen, wenn du Hunger hast, aus dem Gefrierfach, haust dir in den Mixer, machst dir ein Bananeneis, tust ein paar Erdbeeren dazu, hast ein Erdbeereis. Oder eben mit Chiasamen oder Flohsamenschalen kannst du dir dann einfach, haust ein paar Teelöffel Flohsamenschalen in den Mixer, eine Handvoll Datteln und eine Handvoll tiefgefrorene Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, irgendwelche anderen Beerenfrüchte, egal. Mit in den Pudding rein, mix das Ganze, hast du einen leckeren Chiasamenpudding. Oder Flohsamenschalen, egal. Und das sind so Dinge, die ich immer daheim haben würde am Anfang der Rohkost. Das ist so wichtig, wenn man irgendwie gerade Gelüste hat auch und wenn man viel essen möchte, dass man immer was Sättigendes, was Kompaktes im Haus hat oder auch frische Bananen. Ja, Bananen, Datteln, Trockenfrüchte, eingefrorene Früchte, Samen oder was weiß ich, Quinoa kannst du auch ewig stehen lassen, kannst du ankeimen lassen, wenn du Hunger hast. Ja, als zweiten Punkt einfach bei der Umstellung auf Rohkost ist ganz wichtig, viel Grün zu essen. Immer viel Grün essen, viel Salate essen, irgendwie einen gemischten Salat aus, ein bisschen Avocado vielleicht, immer eine halbe Avocado oder so reindrücken, damit man auch richtig gesättigt ist. Blattsalat, Tomaten, Zwiebeln, Paprika, was auch immer, was ihr halt mögt. Und viel Wildkräuter am Anfang bei der Umstellung auf Rohkost, ganz viel Wildkräuter, viel Grün allgemein essen, damit man die ganze Entgiftung ein bisschen dämpfen kann und die Ausleitung von den ganzen Giften ein bisschen unterstützen kann. Wenn man am Anfang der Rohkost zu viel Früchte isst, dann wird das Ganze zu heftig und die Wahrscheinlichkeit, dass man zurückfällt, ist dann einfach höher. Also viel Grün am Anfang essen und auch gerade am Anfang wegen den Parasiten. Normalerweise hat jeder normale Mensch Parasiten in seinem Darm, hat bis zu 10 oder 15 Kilo Kotreste im Darm, sagt man sogar. Und oft ist es gar nicht der Hunger, der von einem selber kommt, sondern von den Parasiten. Auch wenn man schlingt, sagt man das, weil dann genießt man es ja gar nicht, dann isst man ja nicht wegen dem Geschmack, sondern einfach nur, um irgendwie das zu stoppen. Man weiß gar nicht, warum wirklich. Und ja, deswegen anfangs, ich hab's zum Beispiel am Anfang der Rohkost so gemacht, ich hab eigentlich zwei Monate komplett nur Grün gegessen. Ich hab nicht mal, ich hab mir einen grünen Smoothie gemacht, hab da nicht mal Obst rein. Also ich hab auch gar keinen Fruchtzucker gegessen. Damit einfach mal die Parasiten komplett keine Grundlage zum Leben haben. Zucker ernährt halt immer. Zucker ist, denke ich, eigentlich schon in Ordnung, wenn's Fruchtzucker ist. Und jetzt esse ich auch nur noch Früchte und gar keinen Grün mehr. Aber anfangs der Rohkost hab ich zwei Monate komplett nur Grün gegessen. Einfach, um diese Parasiten mal abzutöten. Fasten ist da auch super. Wasserfasten. Einfach die Nahrung den Parasiten nehmen, den Würmern. Und ja, das sind eben, denke ich, so die Tipps. Und was man eben essen kann. Viel Wildgrün, Wildkräuter, Brennnessel, Löwenzahn, Giersch, was weiß ich, Kleeblätter, Gänseblümchen, was ihr findet. Was ihr kennt, die einfachen Dinge erstmal nehmen. Das reicht völlig aus. Und immer eben was im Haus haben. Jo. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Macht's gut, Leute. Ciao.